Hi! Du willst ein Wohlfühlprogramm von mir? Okay, dann lehne ich jetzt zurück und ich werde dir eine frische, frische Gesichtsmaske zaubern. Und zwar habe ich dafür hier so ein neues Gerät. Und außerdem ganz frische Frötchen eingekauft für dich, die ich dann in die Maske verarbeiten werde. Aber dazu gleich mehr. Du kannst dich schon mal ein bisschen entspannen. Entspann dich. Und dabei, während ich diese Maske herstelle, kannst du mir einfach mal zusehen. Genau, das ist so ein Duftaroma und ein Erfrischungsspray. So, dann beginnen wir jetzt mal. Ist das für dich okay, wenn ich in die Maske ein bisschen Hebelbeeren und ein bisschen Heidelbeeren verarbeite? Ja, okay. Bevor wir die Maskenmaschine einschalten, werde ich erstmal die Früchte, die Zutaten ein bisschen zurechtschneiden. Ich schließe natürlich eventuell auch noch die Gurke rein. Wir gucken mal. Zuerst ein paar Himbeeren. Ich liebe Himbeeren. Dann glaube ich, esse ich mal eine, oder? Von den Himbeeren kriege ich immer dieser kleine Kerne. Zwischen die 10 nicht außer das. So, ich habe mir nämlich einen Mörser zurechtgelegt. Da kommen jetzt erst mal ein paar Himbeeren rein. Das reicht auch schon. Und die werde ich zerkleinern. Es duftet schon so schön nach Himbeeren. Die Maske wird toll. Ich hoffe, du bleibst bei deiner ganzen Wohlfühlanwendung hier. Ein Himbeeren tue ich noch ein. Schubs. Jetzt kommen die Blaubeeren. Oder Heilbeeren, wie auch manche Leute sagen. Da tun wir auch eine Handvoll rein. Das reicht eigentlich auch schon. Ja, das reicht. Und zerkleinern die vorsichtig. Hörst du sie platzen. So, ich glaube, alle Früchte sind jetzt Zemoasen, wenn man das so nennt. Oh, es riecht so fruchtig, frisch. So, bevor wir jetzt die Maskenmaschine anwerfen, werde ich auch noch ein paar Scheibchen von der Gurke schnippeln. Ah, du möchtest dein Essen ja gerne. Warte. Ups. Dann hier. Ich leg's dir hin. Guten Appetit. So, weil eine Gurke werde ich reinschnippeln und der Rest kommt auf die Augen. So, die Schale mache ich ab, weil die lässt sich nicht so gut zusammenwärsen. Aber der Rest kommt in den Mörser. Ich hoffe, der lässt sich gut zerkleinern. So. Das riecht so gut. Und wieder Mörsen. Ja, genau. Gurkensaft ist mega gesund für dein Gesicht. Und generell die Früchte haben ganz viele Vitamine, die deine Haut braucht. Jetzt sind wir soweit und schmeißen unsere Maskenmaschine an. Dafür nicht erschrecken. Okay, zuerst brauchen wir 60 Milliliter Wasser. Um genau zu wissen, was 60 Milliliter sind, habe ich hier so einen Becher. Füllen wir 60 Milliliter rein. Mal gucken. Wasser ist so erfrischend und auch so entspannend, die Geräusche. Ich stelle es dir mal hier hin, falls du was brauchst. Jetzt gebe ich 20 Milliliter von unserem Maskenmittel dort rein. Ich weiß nicht, was 20 Milliliter sind. Okay, hier ist es. Ich tue noch mal ein bisschen mehr rein. Als nächstes brauchen wir diese Kollagentabletten. hier ist sie und die kommt jetzt hier rein und wir drücken direkt auf Start. Start ist gedrückt und jetzt macht diese Maschine ein bisschen die Magie, denn die erhitzt das Ganze jetzt und rührt das. Ihr werdet es auch gleich hören. Hört ihr das? So cool, oder? Ich habe dir die Maschine mal unten verlinkt, aber während sie arbeitet, werde ich dich noch ein bisschen verwöhnen. Ich bin so gespannt, wie gleich die Maske aussehen wird, welche Farbe sie hat. jetzt drücken wir den Knopf. Oh mein Gott. Okay, ich habe sie schon mal abgestöpselt. Sie sieht so gut aus. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen verteilen. Jetzt werden wir noch ein bisschen warten, bis sie trocknet und in der Zeit werde ich dich noch ein bisschen weiterfüllen, dass du ganz müde wirst. Genau, jetzt ist dein Gesicht ein bisschen angefeuchtet. Jetzt gehe ich da mit dem trocknen Hatton rüber. so, jetzt gibt es noch eine kleine Feuchtigkeitscreme. Ich hoffe, die Maske trocknet schnell, doch ist sie leider flüssig. Aber gleich, wenn du die aufziehst, dann wird das bestimmt so ein entspannendes Gefühl sein. Übrigens, wenn du sehen möchtest, wie ich die Maske mit einer Cola gemacht habe, also eine Cola-Maske, dann kannst du gerne mal auf meinen Hauptkanal mit Zuhl gehen, da ist nämlich jetzt das Video online, wo ich vier virale TikTok-Produkte getestet habe, unter anderem eben auch diese Maskenmaschine. Das Video ist echt ein Gehlsam geworden, also wenn du hier entspannt genug wirst, dann gerne, gerne da mal vorbeischauen. Es würde mich richtig freuen, weil ich werde wieder auf meinem Hauptkanal aktivieren. entspannt, oder? Und jetzt topfe ich dein Gesicht wieder trocken. So, bist du bereit für deine Anwendung? Dann schau jetzt genau zu, denn ich habe hier so einen kleinen Plastik Schaber. Mit dem werde ich jetzt auch die Maske, ich hoffe, die ist schon trocken, aus dieser Form bringen. Und die jetzt natürlich auch aufsetzen, also entspann jetzt nochmal eine Runde, ich nehme jetzt mal die Maske. So, hier ist deine Maske. Schließe jetzt die Augen. Und wie fühlt sie sich an? Schau mal. Oh, ist die entspannend. So. So glitzig. Wenn du noch nicht entspannt genug bist, geh jetzt auf meinen Kanal und schau dir ein weiteres Video an. Aber wenn du schon entspannt genug bist, dann geh jetzt auf meinen Hauptkanal und schau dir da das Video an, wo ich viele mir alle TikTok-Produkte teste. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Jubel. Bis zum nächsten Mal.